Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird seine ruhmreiche Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Das kündigte der 40-jährige Profi der Dallas Mavericks am Dienstagabend nach dem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns an. Bei den Feierlichkeiten in der Arena sagte der Würzburger, Das war mein letztes Heimspiel, aber ich werde hier bleiben, das ist mein neues Zuhause mit meiner Frau und meinen Kids. Ich bin ein Texaner geworden, danke euch allen. Er wird als der bislang beste deutsche Basketballer in die Geschichte eingehen. Auch das deutsche Nationalteam prägte Nowitzki jahrelang. Mit seiner schwedischen Ehefrau Jessica hat er drei Kinder. Der deutschen Presseagentur sagte der 40-Jährige, dass er jetzt vor allem die Zeit mit seiner Familie genießen möchte. Er verriet auch, worauf er sich nach seinem Karriereende besonders freut. Im Sommer mal nichts zu machen und an diesem Donnerstag Eis und eine Pizza zum Frühstück zu essen. Sich einfach mal gehen zu lassen, vielleicht mal Skifahren zu gehen, was ich schon über 25 Jahre nicht mehr gemacht habe. Das hat sich der Ausnahmesportler auf jeden Fall verdient. Das hat sich der Ausnahmesportler auf jeden Fall verdient. Das hat sich der Ausnahmesportler auf jeden Fall verdient. Das hat sich der Ausnahmesportler auf jeden Fall verdient.